Was geht ab Freunde, Raja Debelowitsch hier. Ich hoffe es ist alles gut bei euch. Ich habe bezüglich der aktuellen Situation auf jeden Fall was zu sagen. Wir haben gestern bekannt gegeben, dass Maximum 2 nicht erscheinen wird und seitdem sind meine DMs am explodieren. Ich bekomme sehr sehr viele Fragen, emotionale Nachrichten und viele Leute, die auch sagen, laber kein Scheiß kommt eh und so. Aber morgen am Donnerstag um 16 Uhr werde ich euch mehr dazu sagen. Ihr werdet erfahren wieso, weshalb, warum und eins soll euch gesagt sein, Maximum 2 wird definitiv nicht erscheinen. Definitiv. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Meine beiden Augen sollen rausfallen, wenn dieses Album Maximum 2 erscheint. Ich schwöre auf alles was mir heilig ist, dieses Album erscheint nicht. Und wenn ihr erfahren wollt, weshalb, dann seid morgen wach. Um 16 Uhr und dann werdet ihr einiges erfahren.